Hi, ich bin Milynn und ich bin das SRF 3 Best Tower in August. Um mich besser kennenzulernen, ich weiss, ihr wollt alle mehr wissen, erzähle ich jetzt ein paar Fakten über mich. Sieben sogar. Aber einer ist gelogen. Ich bin ein riesiger Foodie. Ich esse praktisch alles. Ich gehe deswegen sehr gerne in die Ferien, wo ich neue Sachen probieren kann. Zum Beispiel Meeresfrüchte, wenn ich ans Meer gehe in Frankreich. Finde ich crazy geil, neue Sachen auszuprobieren und ganz viele verschiedene Foods zu testen. Ich habe schon mehrere Zechenägel verloren. Das liegt nämlich daran, dass ich sehr lange in der Schule für das Oper aus Zürich getanzt habe, Ballett. Und da verliert man manchmal ein paar Zechenägel. Das ist echt gruselig und dann spürt man nichts mehr in den Füssen. Ich bin als Kleinkind vor Brad Pitt an einem Brunch in Hollywood gesessen. Der Grund, warum ich dort war, ist, weil mir Scotty in der Filmindustrie arbeitet. Und sie haben dort in dem Moment, ich glaube, der Film heisst «Ocean's Eleven» mit Brad Pitt aufgenommen. Und er war deswegen dort und auch eigentlich die ganze Crew. Ich glaube, die durften keine Bilder machen, weil es halt sehr frowned upon ist. Ich habe als etwa Zweijährige für andere Kinder in der Spielgruppe übersetzt. Ich habe eigentlich, obwohl ich kein Spanisch kann, mit den Kindern, die auf Spanisch gesprochen haben, versucht, für sie zu übersetzen und versucht, ihnen zu erklären, was im Unterricht läuft. Und ja, anscheinend waren die Leute sehr von dem beeindruckt. Ich habe schon immer gerne gesprochen, schon immer. «Hola, como estas? Me llamo Matilda.» Ich hatte als Kind eine riesige Obsession mit der Victoria's Secret Fashion Show. Also ich habe an die wirklich religiös geschaut, jedes Jahr. Ich hatte sogar von meinem Lieblingsmodel, die heisst Miranda Care, ein Poster über mein Bett. Ich bin riesiger Ariana Grande Fan. Sie ist schon seit Ewiges mein Idol. Und ich bin auch 2019 im Hallsstadium vor den Sporen gestanden. Und das ist halt schon etwas anderes, wenn man wirklich bei jedem Lied mitsingen kann. Und sie ist ein wie zwei Meter von dir im Pferd. Das ist crazy. Ich bin riesiger Tierwensch. Mein Traum neben der Musik ist, irgendwann ein riesiges Haus mit einem riesigen Garten zu haben und ganz, ganz viele Hunde, die ich auch retten kann und dann adoptieren lassen. So wie es meine Tierheime. Mein Hühn-Tierheime. Das waren jetzt die sieben Fakts über mich. Weisst du, welcher gelogen war? Der gelagene Fakt war, dass ich ein Boodie bin. Das bin ich eben nicht. Ich bin mega pingelig mit Essen. Ich finde es sogar schlimm im Raum sein, wenn jemand mir ein Frucht ist. Ich muss mich mega zusammenreissen, um erwachsen zu sein und kein Kind zu sagen, bäh! Danke vielmals fürs Zuschauen. Ich hoffe, du hast etwas mehr über mich, Milun, heute erfahren. Bye! Oh, by the way, you should, you know, here. Also, äh, listen. My music. Here. Yes, please. Thank you.